Was ist das denn für ein Board eigentlich? Okay, an den kann ich mich da zum Beispiel nicht erinnern. In diesem Spiel habe ich nicht gedacht, dass ich mich nicht mehr zurückgekehrt habe. Das ist gut, oder? Ach so, ich habe es geschafft! Spiel A, Alsta und Spiel B. Wir gehen jetzt zurück. Wir haben jetzt schon ein Problem. Oh! Von wem wollte ich das gehauen? Ach nee, das ist ja dieses Mädchenspieler. Das war die NPD, die die NPD vorgebracht haben. Ich habe das Gefühl, dass ich das nicht verstehe. Oder es ist nur hier, dass es nur eine Runde ist? Ich habe ihn geblieben. Okay. Ach nee, ich habe das nicht geblieben. Ich habe die Hand. Na, damit er hat es noch etwas auf sich. Ja. Oh, da hat er was getan. Hä? Alles klar. Ich verstehe. Cool. Oh, da hat er in die Partei. Mein Name ist ... Oh, was? Mein Name ist »Kuhhaku«. Wenn du die Hp-Gage in die Quest verletzt hast ... Das ist so eine Art Art. Hm. Sehr tiefgreif, die Story. Oh, ich bin sorry. Dann gehen wir. Alles klar. Cool. Wir haben eine Quest. Jetzt ... Andere Charakter ... Was? Wird der Kurs aber einem anderen Spieler angezeigt, kannst du mit der Links-Taste sein Charakteranalyse-Symbol aufrufen. Hier kannst du Informationsstatistik, Extraskills und Chariterien ansehen. In der Mitte der Zuneigungssystem, die ... Was? Intensität der Gefühle spielersten ist. Okay. Das Zuneigungssymbol und Werte zeigen die aktuelle Stimmung. Dies beeinflusst die Art zu kämpfen oder die Verhalten in der Stadt. Auch die Entwicklung wird davon beeinflusst, was sie gleich lernen oder wobei sie Initiative ergreifen. Oh Gott. Da gibt es noch mehr. Oh Gott. Ich finde hier sowas von ... Untergeht. Die Extraskills eines Charakters zeigen, welche Art Skills er ... Der Präferenzgrad eines Skills ist über dem Namen zu sehen. Präferenzwerden starke Komplimente beeinflusst. Wegen Kurse über ein Skill und sperre ihn. Um weitere Änderungen an Präferenzwerdungs vermeiden. Setze deine Komplimente ein, um mit deinem Partner erfahrene Kräger zu machen. Oh Gott. Ich krippiere hier, wenn es weitergeht. Wer ist das da rechts? Okay. Der Zuneigungswert soll die starke Wirkung auf die Persönlichkeit eines Spielers haben. Werden die Zuneigungssysteme angezeigt. Ganz ehrlich, ich erkenne da einfach so bereit gar nichts draus. Sie beeinflusst, wie schnell er sich entwickelt, dem Aggressionsgrad im Kampf, die Reaktion auf privaten Gesprächen. Man lebt zwar nur kurz ihre Persönlichkeit, aber man kann dies nutzen, um die Entwicklung zu beeinflussen. Manche Kombinationen von Zuneigungswerten scheiden besondere Fähigkeiten frei. Deine Handlungen haben einen großen Ausdruck auf diese besondere Eigenschaften. Von daher, sie werden sich vermutlich stark ändern. Alles klar. So. Und wie kriege ich jetzt meine Freunde mal dazu? Muss ich nachher vielleicht jetzt flüssen? Nein, ich habe es noch nicht. Zuneigung? Hä? Oh Gott, ich steige hier einfach rein. Gar nichts. Warum muss ich dir jetzt anspringen? Statt der Anfänge, Park am Seeufer. Okay. Also jetzt kriege ich einen Anfall, ja. Na gut. Ich halte mich in, was ich tahle schaue. Ne, ich schaue, ne. Vielleicht kommen die ja doch noch gleich hinterher. Ich hoffe, ich mache so ein bisschen mit langsamen Idee aus. Ehh, so... Hm. Hm. Ich weiß nicht, ob ich den Namen erzählen kann. Ich... Hm. Das ist klar. Der Monster ist nicht so stark, aber... Yorgin, du bist von mir. Ich will nicht. Alles klar. Die NPCs haben keine Programme geöffnet. Aber in dieser Zeit... Sollte... Okay. Geht's. So, ich bin jetzt hier. Ich bin 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 hier. ich muss mir sein kann es mir gewinnen verdammt schwein die kirito drei sind auch gemein ich muss ihm von einem trennlichter also er tritt auch nach in der ausgangs vergessen das scheiß nicht kommt derzeit jetzt habe es auch was abgerichtet also allein ist das schon ein bisschen scheiße angreifen und der krisen arsch aufgeschützt so naja ich muss doch zu sehen mein team im bild zu kriegen allein ist es auch ein bisschen scheiße na wer weiß da kommt er jetzt noch mehr und was ist hier ist kohl das geld okay 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 Also irgendwie ist sie komisch. Vielleicht ist sie ja doch ein Spieler oder so, kann ja sein. Vielleicht ist sie ja doch ein Spieler oder so und das wird irgendwie komisch angezeigt. Und weißt was ich? Aber wie kriege ich jetzt meine Partner wieder in ein Team, ey? Ich laufe da wie ein Beklopper durch die Gegend rum und alleine bestelle mich, glaube ich, doch ein bisschen blöd an. Ich könnte gut bestimmt weibliche Unterstützung gebrauchen. Ach ja. Ich bin auf der Stadt. Herzlichen Glückwunsch. Das ist ja ein NPC-NPC. Tja, nee. Ich habe auch gesagt, dass ich nicht unbedingt etwas erzählen habe. Es ist kein Selbstnehmer-NPC, Kirito. Zum Beispiel aus Borderlands 2 gab es immer noch hier. Wie heißt denn immer Claptrap, dieses scheiß Roboter? Der einfach jeden auf den Sack gegangen ist. Oh, hi. Oh, hi. Ja, Ui. Oh nein. Wie war ich da? Ja, Riz. Wir sind alle zusammen. Ich habe gerade gerade gesagt, woher ich bin? Ich habe gerade gesagt, dass ich mich in den Fiel rauskomme. Ja. Ja. Ich bin schon in der Karte. Ich bin schon in der Zeit, aber ich bin schon in der Zeit, dass ich noch eine Frau in den Karten entdecken habe. Ja, ja. Was? Da ist die Kinder nach hinten? Warte, du hast wieder eine Frau? Du bist so, du bist so, Das ist doch noch schwarz. Also ich fand das sehr gut an. Kirito läuft bei dir. Das stimmt nicht. Aber es ist ein bisschen verändert. Ist es verändert? Es ist ein bisschen verändert. Es ist ein bisschen verändert. Aber es ist ein bisschen verändert. Aber es ist ein bisschen verändert. Es ist ein bisschen verändert. Es ist ein bisschen verändert. Es war wirklich nur ein paar Quests. Das ist nur ein bisschen zu der Jedepa. Das war's. Mal ein paar Mal nicht. Es ist ein paar Tiefen. Ich glaube, es ist ein paar Tiefen. Das hört sich gut an. Das hört sich gut an. Ich verstehe die Tiefen. Aber ich weiß nicht, weil ich keine Tiefen sehen kann. Das ist so. Man kann nicht wissen. Das ist meine Tochter. Das ist die Möglichkeit, die NPC-Karte und Sexualität zu bestellen. Das ist die Möglichkeit, die NPC-Karte zu bestellen. Ja, das ist die Möglichkeit, die NPC-Karte zu bestellen. Das NPC-Karte hat alle die Nachteile. Das NPC-Karte ist nicht bestellt. Was ist das? Ich weiß nicht, ob es ein Miss- oder ein Problem ist, ob es ein Problem ist, oder ob es ein Problem ist, oder ob es ein Problem ist, oder ob es ein Problem ist. Ich kann auch ein Lied davon singen, von Assassin's Creed Unity. Ah, Ubisoft, ah! Die Charakterinie ist ein nicht bestätigtes Thema der Quest-NPC. Das ist der Grund, ob die Namen nicht bezeichnet werden können. Ich weiß nicht, ob es ein Problem ist, oder ob es ein Problem ist? Es ist wahrscheinlich... Oh... Es ist ein bisschen... Es ist ein Problem, oder? Ja, genau. Ich weiß nicht, ob es ein Name ist, oder... Ein Name? Ja, genau! Wir müssen uns überlegen! Was? Das ist ein Problem, oder ob es ein Problem ist? Wenn man nicht so spricht, dann wird es schwierig, oder? Wenn man sich auch anrufen lässt, aber... So, ja. Ich möchte auch an einem Namen einfach nennen. Hm. Wie ein Name ist gut, oder? Na, wie ein cooles Name ist gut. Wie ein Name ist gut. Name? Es ist aber... Oh, bitte lass mir keinen Namen geben. Da kommt nichts Gutes bei raus. Oh, oh. Ja, das ist alles klar. Hm, hast du entschieden? Ja, das ist ein schönes Name. Ach so, wie ist es, Premiere? Premiere? Alles klar. Premiere? Ist das ein spezielles Ex-Signal? Das ist auch, aber... Ah, das ist ein schönes Name. Ah. Ah. Ich denke, dass ich mich als eine Frau aus dem Makuake machen kann. Makuake? Okay. Soll ich mich an, wenn ich dich als Ushi nennen möchte? Ushiii... Ah, das ist nicht anders. Ushiii... Ja, das stimmt. Ich weiß nicht, wie ich es nennen kann. Ich weiß nicht wirklich. Ja! Dann muss ich mich an... Ja. Ja. Das stimmt. Und dann... Wie machen wir das jetzt? Ich weiß nicht, dass ich mich nicht verletzt habe. Warum soll ich das so sein? Ich will das Spiel auch. Dann muss ich noch ein paar Mal sehen. Ja. kann ich jetzt auch etwas machen danke nicht hey hast du kurz Zeit versuchen meinen Schmiedeskitz hochzuleveln kannst du mir helfen einigen Materialien zusammen klar joch ich helfe dir gerne dabei ein Meisterspiel zu werden das brauchst du ja wenn du weiter durch die Ebenen gehst kommst du einen sehr steiligen Gefälle Was sollst du dir? Davon gibt es eine Stelle, an der alle Bäume gefällt wurden. Ich hätte gerne, dass du mir etwas Kupferärz von dort mitbringst. In den Ebenen? Alles klar. Ich meine, ich komme natürlich mit, wenn du willst. Sag einfach Bescheid. Ich will dich ja mit haben, aber ich kriege es nicht hin. Zuneigungssystem. Sie ist stur, alles klar. Sie ist stur, sie ist cool. Sie ist der Planer, sie ist nett. Dominant. Wenn eine Person dominant ist, hat sie ein Herz? Alles klar. Okay. Und neugierig. Jo, passt. Verwegen, verbündet. Ja, was heißt denn Liebe? Ich verstehe das nicht. Also das verstehe ich ja noch hier. Aber ich verstehe nicht, was die Außenränder sind. Verwegen, verbündet, zaghaft. Was heißt denn Liebe zum Beispiel? Wie Charaktere zueinander stehen oder was? Erkenne ich das? Hallo. Kann ich dich jetzt mitnehmen? Scheiße. Einige Shops zu besuchen. Ab und zu im Völkkel falschen. Dein Shop und Leute, ich will aufwinken. Ich weiß immer, was soll mit diesem Den und so? So. Kann ich jetzt dich irgendwie mitnehmen? Nein, kann ich nicht. Natürlich. Oh Leute, ich weiß nicht, was... Ich weiß nicht, wohin. Ich kriege noch eine Schlespposte. Äh, Yui sagt, Premiere ist kein normales Wesen. Ich möchte sie deswegen beschützen. Alles klar. Aber ihr fehlt... Ja, ich kann wie ein Paar erwähnen. Hossa. So, wen nehmen wir jetzt mal mit? Äh... Ach, scheiße. Weil wir noch mit Yuki jetzt. So. Jetzt habe ich schon wieder alles... Silica, Klein, Lisbeth. Agile, Lefa, Sinnen. Ich nehme mal jetzt mal einfach... Ne, Yuki... Yui war die Tochter. Yuki. Dann nehme ich mal Yuki, weil ich nicht mehr es will ist. Agro. Und Felia. Ich nehme mal die mit. Simon weiß nicht mehr, wer das war. Ich glaube, das war ein Typ. Deswegen nehme ich jetzt mal die drei mit. So. Ich glaube, das sind jetzt die neuen. Hoffe ich zumindest. Glaube ich. Denke ich. Vielleicht. Pack am Seeufer. Wo war jetzt mal der Teleporter? Ach. Genau hinter mir. Das erklärt natürlich so einiges. Selbstverständlich. Ich schneide das nachher zurück. So. Weltkarte. Ich will einmal, äh... Nein. Hier. Kann man hier jetzt hin. Okay. Dann müsst ihr hier als nächstes hin. Und wir haben jetzt einen langen Fußmarsch vor uns. Freut mich schon drauf. Endlich Adventure, Freunde. Aber ich finde es... Jetzt muss ich schon mal Spotify online echt loben. Das ist echt so eine riesige... Okay. Ich habe... Ich habe zwei von drei richtig. Na, haben wir jetzt Argo. Da können wir noch was umgehen. Weil ich möchte gerne die andere haben. Da haben wir die drei Mädels von eben. Sorry, Argo. Argo kann ich weg. Okay, Argo. Du bist jetzt heute mit dabei. Sehr schön. Äh, was habe ich gesagt. Ich glaube, Argo habe ich dir mit Jenna verglichen gehabt, ne? Ja, Jenna tut dir auch mal ganz lieber. Aber die kann auch böse sein. Meistens kriege ich jetzt immer ab. Okay. Was haben die denn eigentlich für Waffen? Ich glaube, die hatten Zweihänder. Die... Wie es aussieht. Auch ein Dolch. Okay. Ah, kriegen wir einen schon mir hin. So. Super, ich bin auch geil. Hat die Schweinebacke mich doch nicht allzu sehr zugesetzt. Und die waren auch noch irgendwo Kissen. Sollten die sich eigentlich denn nicht so viel auffüllen, nachdem die... Äh, leergemacht worden sind? Ach, Level 1. Dann gebe ich mich gleich ab. Obwohl, ich glaube, die muss sie ja sogar töten, ne? So. Au, 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 au. Schweine. Schweine. Yuki, Hilfe. Hat sie gerade gesagt? Ja, Mann. Alles klar. Ah, geil. Ich kann auch sogar von oben mich hinabstürzen. So. Und zack. Vorsichtig. Alter, zwei Gegner und die sind schon Level 3, ey. Die Level aber ganz schön schnell, die Mädels. Ach so, das war Kram, ne? Doch, die hatten wir auch schon mal Platten gemacht. Aber die Kiste ist wieder da, das spricht. Die kommen wir mal wieder auffüllen. Und die Sau Level 4, also super. Boah, die Krabbe tut mir ja schon fast leid. Komm her, du Krabbeer. Die. So. Gleich mein nächster Kandidat hier. Okay, von vorne scheinen die ja Minishan abzukriegen. Skillkette, Holosynchronisator, irgendwas. Toll, hab ich gleich die nächste schon an der Hacke. Alter, hat sie gerade... Die Kälte mal loben. Muss ich ja mal machen. Ach so. Damit hab ich mich jetzt gar... Nein, ich hab heute gerade gesagt, ich trottel. Nette Krabbe. Mir jetzt können wir mal Freunde angreifen. Jetzt. Hör aber auf, mir auf den Nerven zu gehen. Komm ich nochmal. Hör aber mal bitte kurz. Was denn? Alles klar. So. Was haben wir hier drinnen? Eine P-Tragen. Alles klar. Gut, kenne ich hier rauf? Das sieht so aus, ob man da irgendwie was hoch könnte. Aber... Da nicht. Aber Katana gefällt mir bisher schon ganz gut. Und was war das denn nochmal für ein Symbol? Dieses... Waffensymbol. So. Das will du, Coloss C oben. Ah, ich glaube, das ist eine Quest. Nein, 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 du kommst her, kommst her. So. Alles gut. Oh. Alles klar. Die sehen ja nett aus. Er ist mit nochmal Item nehmen. So viel Zeit muss sein, Freunde. Boah, der war ja innerhalb von Sekunden weg. Okay, jetzt nehmen wir mal drei Stück auf einmal. Damit dein ganzes Party auch lustig wird. Äh, 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 ja, ich hab nochmal wechseln. Äh, 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 ja, ich hab nochmal wechseln. ok ich glaube ich habe schweißig wort meins juki und ich immer schon ordentlich gas im schwerkampf nummer zwei du lässt den scheiß kollege mal zwei nein wirst du nicht tun cool ist erfolgreich heilung der guten aber kann sein so und dafür gibt es einen daumen hey das ist mein schweini so gab es noch irgendwelche gegner gab sie auch irgendwas mit den arbeitenden westen die wir auch noch aufs maul mann blöde wespe so mein gott kommt allerdings vergiftet aber kurz heilen ja das ist ja immer noch vergessen wir wollen die kämpfen oder nicht ja die wollen kämpfen aber die wesprin ist ja immer noch da geh mir nicht auf nerven scheiß ich habe gerade unschuldig an sehr nett von mir viel herkommen auf da der ist weg komm jetzt mal zu dir dickerchen shit ja und tschüss was du hast du jetzt suchen aber heute irgendwie glaube ich abgeschossen war das so ähm da ist auch irgendwas aufgehört hey wer klopft sich denn da mit dem großen schweini wobei jetzt noch die truhe die war dahin ne aber da klopft sich anscheinend gerade schön mit dem denken darum meinetwegen wenn die drauf gehen wollen meinetwegen ist mir recht steht da steht da steht level 5 oder nicht dass er jetzt level 5 10 steht da bin ich tot ja wechsel 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 komm her wester aber ich bin vergiftet bist oh scheiße sie haben mich gerade gut daumen kriegt verdammt gut einmal kurz abruf ziehen wieso geht das eigentlich immer immer wie ich sage gute arbeit zu ihr aber nicht zu den anderen charakteren mit drei tagen nutzen so sehr schön schon wieder vergiftet so was haben wir hier mit den neuen ausgerüsteten stand der nächste gegen sierra ring ich glaube ich hatte in rinke noch nicht gehabt doch wenn ich mal den aber kann ich gar nicht meine protokolltassen tutorial karte gegen stunde kann ich sie gar nicht irgendwen geben hier den sierra ring kann ich ihnen nicht kann ich ihnen nicht irgendwie geben kann ich meine aussetzung aber ich möchte nicht kirito den geben ich möchte ja immer anders den geben slot wechseln ich möchte ja jetzt kann ich mein team wirklich keine geben sieht bisher noch nicht aus und dicker hat das team fertig gemacht alles klar so nächste klasse ist weiter unten die soll irgendwo hier sein wohnung hört sich nicht gut an folgen gegner und oder tyrant aufgetaucht spieler im gebiet sollten entweder flüchten oder zusammenarbeiten um ihn zu besiegen schluss